Ich habe eine Sache, die ich eigentlich zeigen wollte, die ist richtig geil. Die hat mich auch sehr geprägt an der Stelle und deswegen mache ich auch ein separates Video quasi jetzt. Aesthetic Dance. This is Aesthetic Dance. Okay. Oh shit. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet. Warte. Einmal für den Bein. So. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber ist okay. Wie ist das passiert? Ich denke, weil hier nachts... Oh shit. Cat. What's going on? Das ist mir ein Muschi lecken, wie ist es? Auf jeden Fall ein bisschen erkältet. Hier ist nachts kalt und ich bin mit dem Scooter unterwegs. Und zusätzlich war ich auch drei Tage hintereinander Party machen. Das hat das alles nicht supportet. Geil. Ich habe mir gerade was zu essen geholt. Holistica. Kennt ihr ja schon. Mal kurz ein bisschen weiter gehen. Ich wollte euch eigentlich hier nur ganz kurz eine Sache zeigen. Die zeige ich euch aber gleich. Wir gucken einmal hier ganz kurz zusammen. Das interessiert mich nämlich auch, was hier gerade los ist. Da scheint es ein bisschen Musik zu geben. Noch mal kurz für den Vibe, sagst du? Das ist einfach, weil die Deutschen meiner Meinung nach müssen auf jeden Fall ein bisschen runterkommen. Ein bisschen entspannen. Deswegen müssen wir ab und zu zwischendurch mal sowas für den Vibe einbauen. Und dann müsst ihr einfach einmal ganz kurz tief durchatmen. Alle Probleme mal vergessen. Und bei dir selbst sein. Oh, shit. Oh, shit. Ich wollte nur schauen, ist es ein Konzert heute Abend, oder? Es ist ein Konzert heute Abend? Ich höre dir. Was ist hier heute Abend? Ästhetik Dance. Ästhetik Dance. Das ist Ästhetik Dance. Okay. Aber erzähl mir, was ist Ästhetik Dance? Ästhetik Dance ist nur Dance. Nur Dance? Ja. Kannst du mir zeigen? Ja, ich kann es zeigen. Nein? Okay. Aber sie kann mir zeigen, oder? Nein. Sie ist DJ. Sie ist DJ? Sie ist DJ. Ah, okay. Und sie ist DJ, oder? Ja. Okay, okay, nice. Danke. Bye-bye. Was ist sie? Ja, scheiß da drauf. Ich zeige euch jetzt das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Jo, Ästhetik Dance, meine lieben Freunde. Why not? So. Oh, geil. Warte, das will ich auch noch kurz zeigen. Da können wir fast ein ganzes Video draus machen, Alter. Warte, ich mache mal kurz das Intro. 3, 2, 1, go. Jo, was geht ab, meine lieben Freunde, ich bin mal wieder für euch am Start. Und, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Motherfuck-YouTube-Channel. Und ich hoffe bei euch da draus ist alles gut. Spontanes Video. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz was zeigen, aber da hat sich jetzt schon, haben sich ein paar Dinge ergeben. Wir sind hier Walk of Arts gerade, ich zeige jetzt ein bisschen rum. Ich habe eine Sache, die ich eigentlich zeigen wollte, die ist richtig geil. Die hat mich auch sehr geprägt an der Stelle und deswegen mache ich auch ein separates Video quasi jetzt. Habe ich mir überlegt. Ich bin ein bisschen erkältet, aber das habe ich vorhin schon erwähnt. Geht weiter jetzt. Bis gleich. Ich bin jetzt nicht so der krasse Kunstliebhaber, muss ich ehrlich sagen. Also, es gibt bestimmt Leute, die finden das deutlich geiler, was man hier so sieht. Wo geht es denn hier weiter? Hier, das sieht nicht mehr noch Kunst aus. Nee. Ja komm, wenn nicht, dann ist es auch egal. Dann zeige ich euch jetzt noch das, was ich eigentlich zeigen wollte. Und dann... Ach, Art Walk beginnt erst hier, oder was? Stier. Krass. Welcome to the Holistica Art Walk. This is a magical journey through the jungle, where we can enjoy mystical installations that like energy portals. Oh, present us a new way of introducing ourselves to nature. Ja, krass. Heftig wie die abgehen. Aber kommen wir jetzt zu dem, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Walk of Art, oder Art of Walk, machen wir nächstes Mal. Ich habe gesehen, Speicherplatz... Shit. Speicherplatz neigt sich dem Ende zu. Ich schalte jetzt gleich wieder da ein. Bei dem, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Okay. Und zwar ist es das Baumhaus hier. Mein neues Zuhause quasi. So habe ich mich hier gefühlt. So. Ich habe mich gechillt vorhin. Und jetzt will ich euch einmal zeigen, was hier alles steht. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Jetzt erst. Nachdem ich es gesagt habe. Krass. Krass. See you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020